Und wenn wir gerade hier sind, Hakeem, äh... Jawoll! Geh mal Wolle kaufen. Jawoll! Ich sehe gerade, wir haben da nämlich so einen gewissen Engpass. Nicht mehr Nahrung, dafür Anwolle. Und wir haben noch mehr Kühe. Das gefällt mir aber gut. Verstanden! Jawoll! Wie ihr wünscht. Jawoll! Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Sofort. Sofort. Jawoll! Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Sofort. Sofort. Alles klar. Alles klar. Alles klar. In den Kampf! Ich muss mich in die Burg zurückziehen. So, Hakeem zieht sich erst mal die Burg zurück. Hier macht die Fernkämpfer das Wort. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Jawohl! Verstanden! Stirn, los! Ei! Schon unterwegs! Okay, ich glaube langsam, wir müssen das zurückziehen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Alles klar! Verstanden! Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Alles klar! Okay, ich glaube, weitere Territorien einnehmen dürfte nicht mehr möglich sein gerade. Denn dafür hat der Rote Prinz zu viel Truppen. Ich glaube, wir müssen das nicht mehr machen. Einer unserer Karren wurde abgefangen. Ja, das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir jetzt wieder Schwertkämpfer reinkriegen. Auf euren Befehl. Verstanden. Verstanden. Also wir noch mindestens zwei Trupps Schwertkämpfer. Brauche ich den hier? Aber ja, ich denke, bei den Roten Prinzen so weit zurückzuschmeißen... ...dürfte schon Auswirkungen haben. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Welche Gebäude sind denn arm gerade? Also außer der Apotheke. Die Räucherei und die Käseerei, die sind arm. So, einen Trupp Schwertkämpfer sollten wir doch... ...wie ihr wünscht. Holen und dann hoffen, dass sie uns einfach direkt angreifen. Ich glaube, in dieser Aufnahme-Session kommt es gar nicht mal mehr zum Angriff. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Wie viel kostet ein Dieb denn? Ach, kein Bug. Ja, stimmt. Ich glaube, der Rote Prinz hat hier oben auch noch eine... ...so ein Militärlager. ...sofort. Sofort. So, noch ein Trupp Schwertkämpfer wäre nicht schlecht. Geld ist wieder etwas reingeflossen. Wir haben alle Gebäude ausgebaut. Wir sollten Munitionskauen bereitstellen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Da ist der nächste Steinbruch down. Da ist unser Dieb unterwegs. Da schreien sie schon nach Unterhaltung. Ja, ich könnte mal wirklich Brot und Käse kurzzeitig, damit die beiden Räuchereien... Also, dann machen wir das mal Brot kurzzeitig einstellen. ...wurst kurzzeitig einstellen. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ups. Ne, das da. Ganz ehrlich, bei der Milchproduktion bauen wir noch eine Käserei. Kann ich die Straße eigentlich dann noch wieder rausbauen? Ne, ich hätte die Straße nicht so einfach einreißen sollen. Egal. So, du bist reich. Jetzt willst du es nur noch tun. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Verstanden. Ja, der da ist auch bald erschöpft, der Steinbruch. Es ist meine Bestimmung, diesen Titel zu tragen. So, jetzt erlauben wir wieder. Achtung! Die Armee des Roten Prinzen greift unsere Stadt an. Oh. Erklimmt diesen Wall! Stürmt die Mauern! Auf der Stelle. Also ja, das hier ist noch ein Ehrlager des Roten Prinzen. Auf der Stelle. Alles klar. Und ihr seid keine Bogenschützen. Auf euren Befehl. Alles klar. Ihr seid Bogenschützen. Hinauf und hinüber. Sofort. 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 Ei. Verstanden. Die beiden ein bisschen nachfüllen, solange wir können. Auf euren Befehl. So gut wie erledigt. Wie ihr wünscht. Gucken wir mal kurz, was hier gerade los ist. Da kommt die Hauptarmee des Roten Prinzen. Wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt. Ja. Ja. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Sofort. Und das hier ist die Festung des Roten Prinzen. Und das hier ist die Festung des Roten Prinzen. Und die Stadt direkt angreifen. Und die Stadt direkt angreifen zu wollen. Ich werde Montecito niederbrennen. Dafür, dass es einen Aufstand gegen mich gewagt hat. Das kostet euch euren Kopf. Boah, Belagerungswaffen. Aber viele Belagerungswaffen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Äh. Warum zieht ihr wieder ab? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh, ach ja. Ja. Auf der Stelle. Das verstehe ich jetzt echt nicht ganz. Ein Steinbruch ist erschöpft. Die Truppen des Roten Prinzen wurden zurückgeschlagen. Und Montecito steht noch. Dieses Gebäude muss zerstört werden. Habe ich die Mission irgendwie verpackt? Und es gemerkt sah. Wieso sind die Reinigungsgüter so im Mangelware gerade? Ich glaube, durch das spätige Speichern und Laden habe ich die Mission verpackt. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja. Ein Haufen Munitionskarren, die jetzt hier rumstehen. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir machen hier ein Quicksave. Und dann einen Cut. Bis gleich.